Servus, grüßt euch. Heute geht es um eine Bauteil-Codierung. Ich muss ehrlich zugeben, die Idee stammt nicht von mir, sondern von einem Ingenieur-Guy-Kunden, den ich über Teams berate und helfe. Dabei ging es um eine vordefinierte Codierung, die Sie benötigen an jedem Bauteil, wo gewisse Informationen dahinter stecken. Da ich jetzt nicht nachgefragt habe, ob ich dieses Büro bewerben darf oder ob ich das zeigen darf so offen an deren Projekt oder sonstiges, habe ich deren Name ausgetauscht im Attribut für Like. Das soll ein Hinweis sein für euch. Also sobald ihr das Wort lest und habt es noch nicht geliked, dann müsst ihr das an der Stelle nachholen. Ansonsten gibt es sieben Jahre schlechtes BIM, ihr wisst das. Und das wollen wir noch nicht riskieren, oder? Und damit es wieder ein gutes BIM wird, zeige ich euch einfach mal, was das Ding kann. Das heißt, ich habe ein Attribut, das könnt ihr jetzt überall zuweisen. Machen wir die Hackerl hier raus. Hier, Code Like. Ich habe dazu das Vorlaufprojekt genommen, oder dieses Hello Allplan 2024. Ich ziehe das mal über alles drüber, über alles. Und mache mal anwenden. Jetzt wird die schon anwesend. Und wenn ich jetzt irgendwo reingehe und die Attribute anschaue, dann mache ich das mit Attribute modifizieren. Und ich schaue jetzt hier mal auf die Schicht 3, halt alles zuklappen. Und dann schauen wir auf die Schicht 3. Benutzer. Jetzt habe ich hier einen Code Like. Hier steht TragoExplaner. Like, X, X, N, T, Beton. Warum nicht Tragen und Beton, weil diese Schicht so ausgeführt wurde von diesem Vorlaufprojekt. Ich zeige euch mal, wie es richtig gehen würde. Ich zeichne eine Wand hier einfach mal rein. So. Ja, ganz kraft. Sogar in der Perspektive. Und jetzt hänge ich auch hier dieses Attribut mal an. Dann wird es vielleicht etwas schöner und klarer, was damit passiert. Wir schauen uns das an mit der Attribute modifizieren. Klappen wir alles ein. Gehen auf Benutzer. Und jetzt haben wir hier TragoExplaner. Like, das ist die Firma. Das ist eine Wand. Tragend, Holz, massiv, cool, oder? Das ist, so, so ist es gelebt. Das ist, oder? Jetzt schreibe ich auch da mal rein. Was gibt es noch? Beton natürlich. Und das aktualisiert sich jetzt gleich. Also es ist aktualisiert, wenn es beschriftet ist. Kein Problem. Wir schauen noch mal rein. Ja, Beton. Tragen, nicht tragen. Da gibt es ja irgendwo so einen Haken zum setzen. Wo ist denn der? Seine Gehmetrie? Nein. Meidi? Nein. Sonstige? Nein. Das ist halt da oben irgendwo. Was soll das? Deaktivieren wir mal. Ich weiß nicht, ob es automatisch aktualisiert ist. Aber jetzt auf jeden Fall. Jetzt ist es tragend. Moment. Ah, hier. Nicht tragend. Jetzt wurde es zu nicht tragend. Okay. Das Ganze funktioniert natürlich auch bei anderen Bauteilen, wie zum Beispiel Stützen. Mal hier reinsetzen. Gehen wir auch hier rein. Attribute. Code like. Hier wurde auch automatisch eine Stütze erkannt. Und ich lasse das alles auswerten aus der IFC-NTT. Hier schaut es aus, als würde es nur so 20, 30 Stück geben. Es gibt aber über 600. Laut Google sogar über 800. Ich weiß jetzt nicht, was da stimmt. Ich habe dazu ein extra Video gemacht, wie man die komplette Liste abfragen kann. Per Report, Attribut oder sonst irgendwas. Mittels Chat-JPT. Einfach mal in meinen Videos suchen. Unter IFC-NTT. Oder einfach die Playlist aktivieren. Ich habe mehrere Playlists. Open BIM. Ich habe Subparts, Alpland Champions. Das ist sozusagen das Allgemeine. Alles, was mit Alpland zu tun hat. Oder auch Einbauteile. Natürlich das beste Einbauteilsystem der Welt. Einfach mal hier auschecken. Kostet ja nichts. Die ganzen Einbauteile. Und dann freue ich mich, wenn ihr ein Like da lasst. Und mir Fragen dazu stellt, wie das Ganze natürlich funktioniert. Da fehlt ja noch die Auflösung, oder? Ihr wisst ja noch gar nicht, wie es funktioniert. Denn es ist schon ein Code, den bekam ich ja auch bezahlt. Und viele von euch Schlawinern, die schreiben mir immer, könntest du mir nicht mal deine ganzen Attribute geben? Könntest du mir nicht mal deinen ganzen Assistenten geben? Ja, natürlich kann ich euch den geben. Da gibt es einen Bürostandard. Den wird es bald zu erwerben geben. Ich muss ja auch vor was leben. Ihr wollt ja auch nicht in euer Büro gehen und dann so zwei Monate einen Bürostandard erarbeiten und der zahlt euch nicht ein Mensch. Und dann wäre es doch frech, wenn jemand hergegen würde zu euch und sagt, hey, gib mir das jetzt kostenlos rüber. Ich habe ja irgendwo eine Kompetenz und ihr dürft ja auch davon teilhaben. Aber bitte seid sauber. Zahlt das halt dann einfach. Und wenn es euch das Ganze interessiert, ich habe hier immer so einen Link rein. Da könnt ihr euch anmelden und dann informiere ich euch persönlich keine KI oder sonst irgendwas. Ich schreibe mir euch eine E-Mail, wenn es Informationen zu meinem neuen Bürostandard gibt, wie Webinare, Kosten und so weiter und so fort. Das ist natürlich kein verbindlicher Kauf, aber ich habe theoretisch eure Daten. Das ist eigentlich die Bezahlung, die ihr dann gebt, weil ich schreibe euch dann Wahnsinn. Gut, das war es jetzt. Video liken, abonnieren und den ganzen Radzeit, was man immer so machen muss auf LinkedIn und YouTube. Es ist wirklich nervig, dass man das sagen muss, aber ansonsten mache ich auch diese Arbeit. Also, seos, ciao, ja, bitte.